So Preußenfans, hier ist euer Charles Schwarzwald aus der altehrwürdigen Spielstätte, ich kann mich noch gut erinnern, mit Berlin hier viele, viele Schlachten geschlagen, altehrwürdige Spielstätte in Düsseldorf. Seit 10 Jahren jetzt hier Trainer der U20, genauso lang war ich auch in Berlin. Muss ich ehrlich sein, habe ich die schönste Zeit meiner Eishockeylaufbahn erlebt, sportlich wie privat, unglaublich tolle Zeit. Würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn wir uns wiedersehen, vielleicht im Frühjahr oder Sommer, es ist etwas geplant und ich kann nur sagen, die alten Kameraden und meine alten Fans wahnsinnig gern wieder treffen. Bis bald!